Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Sonne gab es heute vor allem im Nordwesten. Ansonsten aber war es doch den Tag über recht trüb. Es kamen immer wieder dichte Wolkenfelder herein. Hängt zusammen mit diesem Tiefdruckgebiet. Hier sieht man sehr gut, wie es sich einkringelt über Polen. Und das schickte eben auch Wolken in den Südosten und über die Mitte Deutschlands. Im Nordwesten dagegen viel Sonnenschein und die wärmste Luft liegt im Moment sowieso im Norden und Nordwesten. Deswegen TAP heute südlich der dänischen Grenze 23,8 Grad und dazu 10,5 Stunden Sonnenschein. Emmerich Elten in Nordrhein-Westfalen immerhin noch 23,6 Grad und 7 Stunden und 20 Minuten Sonnenschein. Trüb dagegen im Süden, da gab es auch immer mal wieder Schauer. München heute kaum Sonne und dazu 17,9 Grad. Aber die Temperaturen werden auch dort in den nächsten Tagen wieder etwas bergauf gehen. Hier am Trend für München sieht man, es geht zumindest auf die 24 Grad bis Mitte, Ende der Woche. Danach ist noch unsicher, was passiert. Jetzt in der Nacht nach Osten und Nordosten hin oft sternenklarer Himmel. Sonst gibt es dichtere Wolken, die jetzt aus Nordwesten von der Nordsee hereindrücken. Und von Schleswig-Holstein runter bis nach Bayern, Baden-Württemberg, örtlich auch dicker Nebel. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei 8 bis 13 Grad, 5 Grad im Vogtland. Morgen Vormittag vor allem im Nordwesten dichte Wolkenfelder, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Sonst erst noch Nebel aus der Nacht heraus, der sich aber rasch auflösen wird. Und dann ist die Sonne häufig dabei im Laufe des Nachmittags. Dann für alle recht viel Sonne. Am ehesten im Rheinland noch die kompaktesten Wolken und die halten sich dann wohl auch den ganzen Tag. Die Temperaturen steigen morgen Nachmittag auf Werte von meist 18 bis 25 Grad im Südwesten. Der Wind dazu ist meist schwach unterwegs. Er dreht sich im Uhrzeigersinn um das Hochdruckgebiet, das nordwestlich von uns liegt. Die nächsten Tage geht es dann etwas bergauf mit den Temperaturen. Am Donnerstag vor allem so rund um die Nordsee dichtere Wolken. Sonst scheint die Sonne häufiger. Und das bei bis zu 26 Grad ähnliche Werte am Freitag. Und dazu für alle eine Menge Sonnenschein. Schönen Abend.